Hi! Warum hast du doch mal nicht den Müll rausgebrochen? Das war auch deine Aufgabe! Die WG macht sich nicht von selbst! Ja, für die Arbeit. Ich musste heute früh raus. Tut mir leid. Die Arbeit wächst mir über den Kopf. Ja, aber ich muss doch auch arbeiten. Krieg das hin. Ich verstehe das nicht. Was machst du in letzter Zeit für einen Aufruf in deiner Arbeit? Ja, das ist eben so. Außerdem habe ich Probleme mit meinem Freund. Die hast du sicherlich nicht. Da wette ich mit. Mit deinem Freund? Ja, er hat mich bedroht mit einer anderen. Hey, tut mir leid. Das wollte ich nicht. So ein Idiot. Was soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Wie wäre es, wenn ich ihn anrufe und ihm die Meinung geige? Das wäre doch eine gute Idee. Ja, das wäre es.